Barcelonas Trainer Johann Rolf schnuppert Betzenberg-Atmosphäre. Er ahnt, dass es für seine Mannschaft ein harter Gang war. Wie tippen die Fachleute? So weit im Weg habe ich gemacht, hier ohnehin. Ich will ein tolles Spiel sehen. Ich hoffe, das wird ein tolles Spiel. Und ich tippe, mein Tipp ist leider 3-1 für uns. Barcelona ist halt gefährlich im Konter. Und ich schätze, dass die sind gut für ein Tor. Und das müssen wir halt verhindern. Aber mein Tipp ist halt 3-1. Leider sollte er recht behalten. Zuerst aber stand der Betzenberg in Flammen. 35. Minute, Eckball von Kunz, der Torwart verfehlt. 1-0 für den 1. FC Kaiserslautern. Die Aufholjacht hatte begonnen. Auf die Zeitlupe gibt keinen Aufschluss darüber, ob Bottic mit den Haarspitzen noch an den Ball gekommen war oder ob dieser Treffer eigentlich Kunz gut beschrieben werden muss. Die geforderte Zugabe kommt in der 49. Minute. Wieder Eckball, Zülter verlängert. Und dieser Treffer geht eindeutig auf das Konto von Hoppisch. Nun hat der 1. FC K. nach den beiden Gegentoren von Barcelona gleichgezogen. Die Fans völlig aus dem Herbst. Die Lautrecke kämpfen, wie man sie selten kämpfen sah. Und die 75. Minute bringt dann auch den 3. Treffer. Goldbeck erzielt. Nun steht der 1. FC K. in der nächsten Runde. Einnahmen von 8 Millionen sind zum Greifen nahe. Und dann passiert es. Scherr und Kranz können den Kopfball von Bakero nicht verhindern. Torwart Ermann steht im kurzen Eck. Im langen schlägt der Ball ein. Ein absolut vermeidbarer Köffel. Trainer Feldkamp zur Salzsäule erstarrt. Die Spieler des FCK buchstäblich am Boden. Hier Stefan Kunz. Marco Haber von Beinkrämpfen geschüttet. Reaktionen nach dem Spiel. Ich habe den Sieg schon nach Hause aus Schauken gesehen. Ja, okay, Mann. Einfach ein grober Abwehrfehler. So ein Hütterverschluss darf sowas nicht passieren. Da muss man am Trikot reißen, den Umstoßen. Irgendwas muss da passieren, aber kein Torluft mehr fallen. Ja, jetzt ist in der Tat die Welt zusammengebrochen. Aber es geht weiter bei uns. Bundesliga steht wieder am Samstag vor der Tür. Ich kann den Spaniern nur alles Gute wünschen. Es war ein Spiel. So habe ich noch keins wie auf dem Pizzenberg erlebt. Einen Schlagabtausch. Einmalig und der Glückliche hat jetzt gewonnen. Also an das Geld habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich bin einfach unendlich traurig, weil die großartige Leistung der Mannschaft nicht belohnt worden ist. Da ging es überhaupt nicht mehr ums Geld. Es war so, dass wir heute so ein bravouröses Spiel gespielt haben, wie ich es am Pizzenberg schon ewig nicht mehr gesehen habe. Sicher seit neun Jahren, seit damals. Und das ist einfach unverdient. Und das ist der Punkt, der mir so wehtut. Nicht das Geld. Da würde ich lieber gar keine Einnahme erzielen und dafür eine Runde weiterkommen.